Niemals geht man so ganz. Nach drei Jahren verlässt Kevin Möwald, 24, den Klub als Aufstiegsheld Richtung Bremen. Zum Abschied schwärmt der torgefährliche Mittelfeldmann, Siebensaisontreffer, von seiner Zeit in Nürnberg. Vor allem die FCN-Anhänger waren für ihn beeindruckend, Nürnberg ist bekannt für fantastische Fans. Sie sind in guten und schlechten Zeiten immer da. Der Klub kann immer auf sie zählen. Das ist ein Faustpfand, das auch für die erste Liga gelten wird. Dass es bei seiner Auswechslung am letzten Spieltag gegen Düsseldorf Beifall statt Pfiffe gab, rechnet er dem Klub-Publikum ebenfalls hoch an. Die Meinung der Fans ist jedem Spieler wichtig, so der gebürtige Erfurter. Wenn klar ist, dass man den Verein verlässt, und man wie ich beklatscht wird, gibt einem das ein schönes Gefühl. Dann weiß man, man hat mehr richtig als falsch gemacht. Möwald hatte sich bereits im Winter entschieden, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Der Klub kassiert keine Ablöse. Für ihn ist diese Anerkennung der Fanslohn harte Arbeit. Möwald, ich kann mir nichts vorwerfen lassen, hab immer alles gegeben und mich hier zu 100% mit dem Verein identifiziert, im Spiel und außerhalb des Platzes. Doch nicht nur sportlich lief's für den Neubremer richtig gut, auch als Mensch war die Zeit in Franken ein gelungener Reifeprozess. Ich hab mich hier als Spieler und als Persönlichkeit extrem weiterentwickelt. Ich hab dem Verein sehr viel zu verdanken. Im Endeffekt kann ich nur Positives über Nürnberg erzählen. Der Klub ist einfach nur Wahnsinn im positiven Sinne. Eine schöne Liebeserklärung zum Abschluss. Vielen Dank.